ich glaube das wirst du nicht hier nehme ich auf geil vielleicht ist ganz interessant weil wir keine ahnung haben wann die folgen rauskommen fröhliche weihnachten 2016 also die folgen wie immer wasser trump card 2016 ist bald vorbei ja er hat gerade ein pokémon trumpf karte gegen sich eingesetzt das ist die attacken einsetzen kannst wenn du alle anderen attacken in deinem set auf eingesetzt hast aber ist noch nicht richtig programmiert hier überleben weil es sich mit zuflucht ja nein es gibt auch eine attacke als trumpf karte ja ich weiß schon dass es die attacke gibt aber ich wusste nicht hey geil plus fünf bonus exp das hat mir noch nie trumpf karte gibt's weil ich weiß ach ja das letzte mal habe ich mein horn schrall entwickelt und landtor als voltabsorber oder wo seid ihr denn gerade ich bin in ticsit hier kommen jetzt gegen jasmin und die killt all meine pokémon mit einem pokémon der geile roland ich glaube ich wollte trainieren gehen das warst du aber früh glaube ich dann mal erkannt jetzt ist interessant ich habe ja ein neues mikro was ich jetzt gerade noch nicht benutzen der aufnahme aber in einen anderen letztlich gerade bringen müsste das hört sein echt du nimmst schon auf nimmst du eigentlich schon auf so ein richtiger maß im ufer einfach weil ich weiß dass du noch nicht aufnimmt aber wenn die folge raus ich nehme schon auf echt ich habe gerade intro gemacht um hoch nein nicht ich meine nicht die das hier andere let's place du ich krieg weil meine schwester sonst wahrscheinlich rumheulen mache ich das mikrofon erst nach weihnachten da habe ich eine woche urlaub deswegen kann ich da geil aufnehmen natürlich auch mit marcy und mir ja schon schicken und natürlich kappa der kriegt das spiel jetzt weihnachten und ich sage ja aber von euch was hallo youtube geld bitte danke das ist gut weil ich schalte es geht immer noch nicht wir haben alle kein youtube geld also können wir es dir nicht tauchen das gut wir zahlen das mit unserem youtube geld und du den rest kapper ok ich zahle die letzten zenten sind die noch übrig sind ja ich habe vorhin geredet weil weit die pl season 2 die theoretisch auch wahrscheinlich schon vorbei ist hat hat ihr schon mal z bauchtrommel benutzt bauchtrommel zieht euch ja die hälfte des kaffee ab und bringt euch auf plus 6 was glaubt ihr macht z bauchtrommel auf plus 12 oder was er bringt euch auf plus 6 und heilt euch voll ich denke mir nur was als anscheinend habe ich so gehört ich habe noch nicht probiert ja ich weißt du was ich gedacht hat ich dachte das pikachu wollte teckel z2 und 200 base starten hat dachte ich schon dass das stark ist aber ja aber dafür trägst du ja da ja kugelblitz nicht ja den man übrigens in dieser geilen höhle einfach so findet fand ich okay benutze ich zwar nie weil pikachu ist die denn zu ähnlich da konnte ich nur wieder was soll ich bin mal habt ihr schon mal zeit zeit spiegeltrick benutzt was macht das das macht sozusagen irgendwie die letzte attacke von gegner tun zu sagen benutzen und ach ja ich habe left auvers gefunden ich war ich war irgendwie gerade komplett egal einfach mal plus zwei und ja einfach mal den z-move von dem jeweiligen pokémon warte plus zwei auf was angriff also sprich zum beispiel ich bin kramscher setzt diese attacke ein geht auf plus zwei angriff macht den letzten gegner wo wenn der physisches kriegt davon die fresse das hat jetzt man hier ist und dann plus noch hoch ich doch mal lässt ausgefunden ich habe jetzt wieder sechs left overs er macht so ein richtiges left overs team ja sie käme online ist das schwer irgendwie spielen ich habe zwei ich habe bock aber ich mache es einfach damit wir sind noch keine fünf minuten der aufnahme ich was hat kaputt ja gut da stehe ich das ist nicht so schlimm wie müde sein obwohl ich nicht mehr richtig geschlafen habe ich alles voll wie entwickle ich mein ort ist in lubella sonnenstein wobei das kann sich nicht in lubella entwickeln aber die weiterentwicklung meine ich ja du bist scheiße außer unterschied siehst du und ich hätte in echt auch gern du flor weil das riecht super geil wenn es nicht mag super geil wenn ich dich nicht mag dann hast du verkackt ja ja aber das macht ja umso mehr spaß wenn damit freunde ärgerst dann hast du pokémon dann riecht es dauernd gut und wenn du freunde ärgerst dann stinkt das die voll da muss ich nicht mehr selber vom meinen hodschkohls kaufen geil das sah gut aus die unterhaltungen fangen heute wieder sehr gut an es sind gerade mal sechs minuten warum sind meine pokémon alle über level 40 außer stahl aus auf level 33 das weiß ich nicht weil du stahlst du magst das ist korrekt aber trotzdem und warum sind meine so schwach du bist schon das ist eine dumme frage nein ich habe drei stück diesen fast 50 aber ich habe zweitigsten erst 20 hast du vielleicht war aufkämpfnis schmieden dodex rollout oder rock slide was ist mit rock slide rock slide oder rollout rock slide natürlich ja ja ich weiß aber es kann auch halt auch müssen fragt für dinge ich glaube ich kann auch wissen ja du hast du dann noch den schön flinch noch dazu von stahl aus ja das was er davor gesagt ist es darum aber jetzt kommt das nächste argument dann sagt man ja gut okay von stahl aus die guten alten stahl aus am besten auch mit kürze spielen das würde ich gerade sagen noch mit kürze aber okay ja und dann noch nicht zum see des zorns oder ich stelle mir gerade so ja hier riecht nach terminus zu löschen das gefurte kurz war das ist wenn du durch deine ohren riechst dann nennt man das auch hören verdammt ich sollte vielleicht nicht gegen rietze raus kämpfen ich habe gedacht das ist schon wieder gefurzt aber okay ja das auch aber das nebensache stehende doch mal mit uns jetzt hier so alleine weiß doch genau was du gesagt hast du hast in einer ich glaube aus dem mario folge gesagt dass du mehr reden das habe ich gesehen ja ich bin da aber ich habe irgendwie kein bohr das ist einfach sagen können dass du kein bock hast stahl aus ich habe schon wieder gar keine ich denke wieso eine scheiße ich spiele die wirklich spaß machen das ist eine hinder der scheiße ich hoffe die verreckte ich hoffe ich schaffte es beim ersten mal und nach den kann man dann aus damit sind also ganz ehrlich wie ich das aus kanton erinnerung habe schaffen wir das nicht beim ersten mal du musst denken team rocket shield komisch du kannst dich hinter den verstecken sie sehen dich ich könnte jetzt das screenshot machen dass ein disco schicken und euch zeigen was ihr machen müsst nein ich habe vielleicht ich kann ja nicht einschauen gehören ich kann es also ich kann es auch auch wenn ich benutze ja aber schon wer ist ich meine ich habe das bis jetzt ist es nur einmal vor einem jahr oder so passiert das ist abgebrochen ist dabei und seitdem habe ich noch nicht getestet das überreist und das gibt es hier für mich und ich meine aber auch mit seinem würde mit dem renter da ist wichtig die kämpfe chuck versuchen wir es noch einmal versuchen wir es noch einmal du ich habe eine frage der seh des zorns und mahagonia city sind noch nahe ebenholz city und nahe der eispassage warum wachsen hier kacktee ich weiß es nicht machen wir gerade die geräusche nach dem karten machen was passiert hier ja möglich und vor fast sie kommt einfach nicht wahr auch nie was mir hat den gesunden festen schiff das ist nicht schlecht Nein! Oh! Was war das? Oh ne! Ich hab einfach... Diese Geräusche der Verzweiflung sind von Cutter immer noch am besten. Oh, ich hab mich zuge... Ich hab mich zuge... Vollgerotzt. Tolle Sache, ey. Er macht den Terminus. Alles ist gut. Alles ist gut. Nein, du spuckst ja. Ich rauch... Ja, das ist die Hauptsache. Die roste kommt schon mit, aber die ist vergleichsmäßig so wenig, dass ich das nicht erwähne. Was? Was? Worüber redet ihr? Ich weiß es nicht. Na, was ist schon... Was gibt's denn Neues im Shop? Kann ich nicht aufrufen im Kampf? Wunderbar. Echt? Ich will auch shoppen. Ich will auch shoppen. Schau, wer? Lass shoppen gehen. Lass uns shoppen gehen. Ist immerhin Weihnachten. Vielleicht. Wir wissen nicht, welches Jahr Ja, wir haben... Weißt du, wie jede einzelne, ne? Seine schwulen Stimme macht, indem er einfach nur seine Nase zumacht. Äh, mach ich nicht. Ich hab das... Hier ist ja doch... Du hast vielleicht ne tschechisch. Hast du gut gemacht, ja, wie das? Was meinst du mit Nase zumachen? Was zuhören? Es gibt ein Auto, es ist einfach nur ein Fahrrad. Das sind einfach nur drei verschiedene Fahrrad. Das sind einfach nur drei verschiedene Fahrrad. Warte, warte, warte. Geht mal alle oben auf die geile sexy Tasche. Shiny Dragonair's Pink. Das ist richtig. Shiny Rapidash hat graue Flammen. Das ist ja wohl falsch. Hm. Hm. Die sind blau eigentlich. Ja. Mhhh, die sind echt an. Ja. Es gibt echt ein... Und das kostet genauso viel wie Pokémon. Mhhh, MDR, 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 MDR. Wir wissen was uns tatsächlich daneben was passiert. Wir wissen, was was wenn wir zusammen gemacht. Ich bin shiny Glaziola ist es auch voll wert, einfach. Hm... Leider? Schneider? với Herz deriable Zähne. oben auf die nase gespuckt jetzt irgendwie ein geheimgang die frage die flosse übernehmen ein paar chaotik ja manchmal ja die fresse weil es schon wer sagt nicht was sie sagt ich halte die fresse er sagt nur ich bin verwirrt okay ist es weihnacht ich bin aufgeregt wie ein kleines kind obwohl ich mitte groß und halte die schweißen ich weiß nicht muss aufpassen du sagst wieder ausdrücke und dann legst du ja das ist schon okay nur die sachen aber bitte das am ende nicht drum heute das ausdrücke gesagt wurden das ist ja wieder ernst das war alle damit gehört der genaue wortlaut heißt erst mal ich habe besiegt des pokémon gefrißt was ist das eigentlich für eine scheiße 95 angriff nur aber das ist er aber das kann ich gegen warte magneton kann nicht ja das dachte ich aber ist immer aber ja ist aber bullshit magnet falle und sturdy ja das wusste ich damals nicht dass es die fähigkeit hat was auf die horn jetzt hat mein slow bro was mit pikachu es ist ein solch nicht gesagt habe es ist jetzt go lauf was ist jetzt hier weggeschwommen oder was habe ich jetzt die mara geschafft ich weiß es nicht lief privat riebe sage was war ich gerade nicht diese scheiße dieser kot man sparen alles klar don't worry you prove yourself jetzt erst gelesen oder surfer weißt du was hier ist ich hallo ich habe ein guter songtext schon ich bin stolz auf dich es fehlen aber was war taja my season if�� participants wam die können du bist draußen ich bin stolz auf dich muss draußen die die balge wenn du der ä Das war's für heute.